moin moin und hallo heute möchte ich euch zeigen wie man an einem ford focus ecoboost die zündkerzen ersetzen kann als allererstes öffnen wir die motorhaube und werden den schallschutz oberhalb des motors entfernen dazu öffnen wir erst den öl befüllungs stutzen legen ihn zur seite passt darauf dass es nicht dreckig wird weil wir erst mal die obere abdeckung des motors entfernen müssen obwohl der stutzen geöffnet ist keine gute lösung aber so ist das leben wir drehen nun zur sicherheit natürlich wieder den stopfen darf und werden erst mal jetzt die zündspule ausstecken ihr müsst es nicht unbedingt machen ihr könnt die zündspule auch eingesteckt lassen und den komplett raushebeln wer aber ganz sicher gehen möchte nimmt die graue abdeckung der zündspulen klemme raus und zieht danach den kontakt ab hier drüben sieht man es noch besser da geht dann einfach schwuppdi bub raus das wird ein bisschen sicherer sein dass euch nicht die leitungen kaputt gehen nun nehmt ihr eine ratsche mit einer kleinen nuss ich glaube es ist eine 10er nuss aber den kompletten ratschenkasten solltet ihr schon haben wenn ihr euch etwas tiefer in den pkw begeben möchtet den habe ich unten verteilt verlinkt das ist ein sehr guter mit dem bin ich sehr zufrieden und zieht die zwei mutis die zwei schrauben es sind ja keine mutis die zwei schrauben womit die zündspulen festgemacht sind erst mal an nun nehmt ihr eure finger und holt die schrauben dann händisch heraus passt auf dass sie nicht in den motorraum fallen bis ihr die wiedergefunden habt ist es äußerst zeitaufwendig danach zieht ihr an der zündspule und könnt dadurch die komplette zündspule herausholen so nun haben wir blick auf die zündkerze selber jetzt nehmt ihr euch eine verlängerung mit einer ratsche setzt an und löst vorsichtig und zart die zündkerze heraus die solltet ihr nicht bei heißem motor machen macht dies am besten bei einem abgekühlten oder zimmer temperatur warmen motor am besten und dreht wie gesagt diese zündkerze nun heraus die verlängerung in meinem fall hat ein magnet dran das heißt die zündkerze ist direkt dran so jetzt neu wir zeigen es noch an dem zweiten ok das ist so eine verlängerung die flinke ich euch auch hunden ich meine es war 14 14 14 14 nur so der 14 breite und wie ihr seht läuft das gut und wir sehen auch bei einer das war nötig zu wechseln so jetzt die neue in die führung hinein geben runter damit händisch erst packen lassen nicht mit der ratsche direkt arbeiten damit ihr das gewinde nicht beschädigt und wenn ihr dann merkt dass die dass die zündkerze packt dann könnt ihr die die weitere drehung mit der ratsche vollziehen wenn ihr das getan habt am besten mit einem drehmomentschlüssel natürlich drehmoment sollte ungefähr 20 bis 23 newtonmeter sein könnt ihr die zündspule wieder drauf schieben danach mit den schrauben wieder fest drehen und diese schräubchen dann natürlich auch mit einer ratsche und einer nuss wieder fest drehen und so erfolgt oder so macht ihr das an jedem zylinder einzeln so festgezogen danach könnt ihr wieder die abdeckung nee erstmal müsst ihr natürlich die zündspulen wieder einstecken entschuldigung die zündspulen wieder einstecken dazu einfach die klemmen wieder dran einfach das ganz simpel einfach rein klack die rasten dann automatisch ein ihr könnt dann den grauen nippel noch etwas zurückdrücken damit sie ganz fest sind und dann macht ihr wieder die motor abdeckung darauf sprich vorher den einfüllstutzen heraus motor abdeckung drauf einschuld stutzen wieder drauf motorhaube zu und ihr seid mit 19 kerzen wieder unterwegs dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal so und so so und so